Willkommen zurück beim Landwirtschaftssimulator. Wir sind auf Minibrunnen und ich riskiere es noch einmal. Also, du wirst vom Hauptsilo, nein doch vom Hauptsilo zur Scheune, Hauptsilo aufladen, genau. Stroh fahren und das Ganze machst du fünfmal. Ja, und dann würde ich sagen, hab Spaß. Und er kann es nicht. Na, mal gucken, ob wir in der zweiten Runde Geld kriegen. So. Guck mal, wer fertig ist. Nein. Guck mal, wer fertig ist. So, mal gucken. Alles nahtlos verrabt. Nein. Hier ist... Da. Wer weiß, was da schon wieder war, dass er einen Aussetzer hatte. Also. Schwupp. So. Und jetzt bist du fertig? Jawoll. Wir haben ein Rapsfeld. Das war's, Lars. Wir haben ein Rapsfeld. Warte mal, ist das schon vollständig gedüngt? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Ja, ist es. Gut. Dann würde ich mal sagen, sind wir weit im grünen Bereich? Wann haben wir das Ding hier eigentlich zum letzten Mal repariert? Ich werde das gleich zum Shop fahren. Dann hat sich der Zirkus. Wann muss ich mich keinen Kopf mehr machen? Und auf was wartest du da hinten? Gut. Also, hurra, stellt sich wieder zu doof an. Na gut. Bremsen mal bitte. Danke. Und stopp. Und stopp. So. Ach so, noch ein Stück näher ran. R. Ah, lohnt sich. Lohnt sich erst recht. Gut. Ich geh mal zu dem Ural da. Schade, es funktioniert nicht. Wo ist Ural? Scheune. Was ist dein Problem? Fahre zum Ach. Der Aufladepunkt ist Hauptsilo aufladen. Und das Ziel ist die Scheune. Hä, warum ist jetzt meine Scheune? Ich habe doch gesagt, Hauptsilo aufladen. Fahre zum Aufladepunkt. Und der Aufladepunkt ist nicht die Scheune. Nee, umgekehrt. Hier muss Hauptsilo aufladen sein. Und hier muss Scheune sein. So. Und jetzt. Go. Habt Spaß. Und jetzt würde ich bitte den Trecker wieder nach Hause bringen. Danke. Frisch repariert. So. Da haben wir noch ein paar Kartoffeln. Gut. Wo fährst denn du hin? Hallo? Du musst da lang. Oh Mann. Das gibt wieder eine Benzinrechnung. So. Und. Sekunde. Und den bitte da abstellen. danke stopp ich kann ich doch schon mal für so hier muss ich immer gucken habe ich kein platz okay das heißt ich muss hier für platz sorgen der muss weg war da mache ich immer schnell leer genau und das ganze auf der anderen seite bitte so gut jetzt bitte einmal traktor danke ist jetzt schön nicht mehr endlos im kreis fahren jetzt funktioniert mit großen anhängern so macht die kartoffelsortiere spaß kein zirkus mehr entschuldigung mein fehler so wir haben schon drin 27.000 lohnt sich doch das lohnt sich und wieder sich das lohnt so stopp und jetzt du da auch nur wirklich okay stopp jetzt müssen die hier weg stopp jetzt müssen die hier weg so und e so jetzt geht's jetzt geht's es geht okay jetzt hätte ich gerne Schweine Schweinefutter schafft das schafft das ja schafft da so einmal Schweinefutter bitte sehr gut danke und nochmal Schweinefutter bitte danke danke so und das zeugs bringst du mal bitte nach fläche 2 das ist da tschüss hat irgendeiner von euch geld geld gesehen von einem ural wo fährt denn der seht ihr einen ural der für uns stroh verkauft wo fährt denn der da ist er doch nee das ist ein oranges haus du lädst übrigens nicht ab mein freund warum nicht da ist sie zu weit weg weiß was ich jetzt mache da da das ist scheune abladen und du fährst von so nach scheune abladen viermal viel spaß so und ich wollte mich jetzt kümmern um Schweinefutter da nein ich wollte mich darum kümmern dass das hier wieder in ordnung kommt so alles klar ja und und alles klar und du bist jetzt wo da wollte ich abgeschaltet haben danke auch alles klar ja gut ich denke mal das kann man so lassen stopp wenn der unimog nicht da ist kann ich die träger hier so lange zwischen parken ok so guck mal wer da kommt so dann haben wir hier auf und guck mal wie der das jetzt ist schön schafft ja 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 und jawoll wer seht es wurde gestoppt finde ich gut wer seht es wurde zurecht gestoppt der steht nämlich hier es geht mit großen schritten voran stopp und weg mit dem schweinefutter sehr gut wunderbar und noch wunderbarer so lizard safety white ach stimmt das konnte ich ja nie reparieren das muss ich ja von hier machen garage ich kaufe ein neues gewicht das verkaufe ich gleich hier lizard safety white ist das hier ach die dinger sind das ja die kann ich nicht die kann ich nicht reparieren hier auch nicht so und das safety white auch verkaufen die mod kann ich deinstallieren ach das gewicht kann ich auch nicht reparieren ja gut dann gehen die gewichte irgendwann kaputt na gut kann ich es nicht ändern ich habe es versucht so unimog läuft wieder ich sehe kein geld ich sehe kein geld hallo ural du kannst abladen warum lädst du nicht ab warum lädst du nicht ab So, der Ural ist einfach zu doof. Ich werde es mit einem anderen Fahrzeug probieren. Ich werde es ganz einfach mit einem anderen Fahrzeug probieren. Ein ganz normales, anderes Fahrzeug. Mal gucken, was wir da haben. Den hier. Reifenhersteller. Getreideaufbau, Silageaufbau. Wie viel hat denn der drin? 18.000. Geht eigentlich. Spiegelkonfiguration. Ach so. Lenkrad? Was gibt es da zu konfigurieren? Ach, ist eigentlich egal. Verkleidung. Ach so. Gut. Kostet mich... 66.000. Haben wir nicht. Haben wir nicht. Hier ist noch ein Kamas. Für 52. Ach so, das ist der Ältere. Ne, das ist der Ältere. Das ist der Neue. Ja, und hier sind die Ural. Gut. Okay, also, sobald ich Geld zusammen habe... Ja, sag ich doch. Der hat keinen Bock drauf. Sobald ich das Geld zusammen habe, verkaufe ich ein Ural. Kann ich doch gleich machen. Garage. Den schwarzen verkaufe ich jetzt schon mal. Hä? Bin ich doof? Ich habe nicht meine Fahrzeuge übersehen. Ach so, der hat die wieder zurückgescrollt. Ja, klar. Klacka, die 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 Klacka. Und welches jetzt ist der Richtige? Ja, toll. Ach, weißt du was? Stopp. Wir fahren den einfach zum Shop, dann weiß ich, weil sich der Richtige ist. So. Der kann eh keine Kartoffeln. Also, weg damit. Der hat seinen Dienst erfüllt. Ich habe gelernt. Ha! Moin! So. Stopp. Oh, sag bloß, du bist fertig. Wuhu! Und in der nächsten Folge sehen sie, wie wir Feld 1 Belege, wie wir Feld 1 aussäen. Wah! So. Verkaufen. Ja, okay. 36.000. Haha. P. P. Oh, warte mal. Habe ich eigentlich den Zepel hier drin? Nee. Ah, ich habe die Zepel-Mod gar nicht installiert. Schade. Okay, dann bleibt es bei P. Zag. Lkw. Also, entweder der oder der. Der hat 33.000. Der hat 29.000. Das heißt, du bist die Wahl. Ach, das ist ein Doppel... Ja, das ist doch auch ein Doppelachser, oder? Ja. Der sieht aber kürzer aus. Ja, kurz oder lang? Ach, ich nehme den hier. Getreideaufbau, Reifenhersteller. Was? Omschina. Ist egal, Reifenvariante. Die sehen gut aus. So, Spiegel bleiben so. Der sieht besser aus. Okay. Hauptfarbe. Jetzt geht's los. Ah. Und hinten schwarz? Hat er nicht. Warum hat er kein schwarz? Ih. Nee. Dann nehme ich rot. Okay. 66.000. So, zurück. Und jetzt pass mal auf, Ural. Wie schön, dass der hier macht. Hat er hier eine Anhängerkupplung? Natürlich nicht. also du wirst jetzt ich bin im falschen modus ich muss den modus nehmen aufladen hauptsilo abladen scheune das ganze mit stroh habt spaß so und die ural halt so du lad ab jawohl und dann würde ich einfach mal sagen in der nächsten folge stellt sich raus ob es an dem hier liegt oder an dem lkw umgekehrt oder an dem modus so und deshalb würde ich einfach sagen wir fahren mal gegen den baum und ich sage von hier aus danke fürs zuschauen macht's gut bis zum nächsten mal da ist dann die stunde der wahrheit ob es funktioniert hat und bis dahin heißt es dann macht's gut genießt den tag und see you later